ich nehme mal vier steck für stecks ich nehme mal vier stecks mit so von holz ich erst mal hier weg sonst noch was koppelst du noch mit koppelst du nur zwei stecks koppel hier aus zwei stecks koppel ach wolle oh mein gott so viel volle haben wir haben wir noch gar wohl ich nehme mal alles mit wir werden auch jeden fall alles brauchen also zwei kisten wollte ich damit nehmen schweige ich dann ein crafting day ja sowieso ne haben wir auch noch irgendwo jetzt bin ich gerade um belegen ich nehme nochmal sonst deckchen treppen mit passel apps kommen auch mitnehmen ja 26 mit würden sowieso für das dach ewig viele brauchen ich nehme noch mal ein paar zäune mit was soll ich denn jetzt gerade mal gerade doof zwei türen immer die türen und andere türen gute frage um die karte was auf ok da muss ich darauf achten ich nehme jetzt erstmal die türen ist doch egal ja glas problem ist dass man nicht äh ähm 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 du gehst haben auch bei ihm oder jetzt eine alle kreise gaurier so ratzen fatzen der mensch da nun so hier zack 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 wo ist das hier da boah so einmal hier zack dann hier einmal das holz so lalala lalala ah das ist doch mal schick so die wolle die packen wir hier auch mal ja lalala so rein da hier das steinchen hier so koppelstunden lassen wir im inventar dann brauchen wir sowieso gleich das packen wir noch mal hier rein die zwei türen und mir fällt gerade auf die außenstützen kann ich schon weg machen weil da kommt erst mal koppel und dann kommt es eben dort das gibt ein bisschen anders design wie man jetzt ihre kennen möge aber ich werde jetzt sehen das wird nachher so ein bisschen noch anders hier ist die türen der text das lassen wir mal nicht um es auch koppeln so da sowieso wobei nie hier nicht weil hier kommen ja die treppe rin das ist sowieso ganz weg hier würde ich den balken eigentlich lassen ach so ist aber schon ane alles gut alles gut ich habe gerade ich habe ich gerade schon wieder gedacht so moment mal wie soll denn den funktionieren aber nie alles gut ich bin gerade nur ein bisschen dill bis der dillt will sagt hier ja das heißt hier mal so denn hier einmal so hier so ja nie das liegt jetzt mal hier sonst wo hinschieben so das hier einmal so weg mit dahin lalalalala oud wang Da brauche ich gleich nochmal zwei Slabity Slaps, also vier Stück, in einer vier, Bullshit, Pro plus zwei, weil die anderen zwei mal so, so und dann hier, zack, dann brauche ich einmal die Zaun, zack, 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 noch eine Stol, wow, wow, so. Eins, zwei, Bye. Und hier kommt das nämlich so rum hin. Hehehe. Getrickst. Achso, weißt du was? Weil wir jetzt gerade bauen, wache ich jetzt mal die Monster aus, weil sonst, die gehen mir sowieso hart auf die Nerven. Beim Bauen, deswegen, da muss ich alle Forts lang schlafen gehen. Das stört beim Bauen immens, weil du bist dann richtig aus dem Dings Konzentrationsflow raus. Ich muss gleich nochmal einen Cut machen, weil ich muss nochmal was ausprobieren, ob das funktioniert. Äh, das ist, äh, Warte, ich hab schon, ach so scheiße, hab schon wieder kein Holz mehr, was ist der Wahnsinn. Äh, da. Da, da ist der Holz, da. So, dann würde ich sagen, machen wir den Boden da raus. Das ist fast gesagt, weil das ist sowieso hier so dunkel. Lachen wir mal dazu. Oh, dass wir so viel Holz haben. Können wir richtig reinklotzen. Uh, ja, so, auf jeden Fall. Ja, wow. Wow, das ist ja so schön. Wow. Das ist ja wundervoll. Das ist ja diese Fackelkack. Ausgebauscht. Dingsbums. Ich bin nur mit dem Leben, ob ich hier so ein Dings, vom Boden so ein Ding reinziehe. den Skogen. Hier in der Mitte auch so ein Balken reinmachen. So. Kann ich tricksen, hier ein bisschen Holz sparen, mal oder so. He, 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 he. Get trickst. Ho, 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 ho. So. Eins noch. Huch. Was ist denn da passiert? Das. Nein. Wohl. Warte mal. Äh. Ja, wow. Du bist ja der wahre Profi. Das ist ja gar keine so schlechte Idee. Das sieht ja gar nicht mal so verkehrt aus, ne? Nichts muss ich jetzt mal so sagen. Äh, machen wir das natürlich auch so. Eins, zwei, drei. Wollen wir dann mal den Auto machen? Ja. Ja. Äh. Ja. Lass das mal so machen. Ja. Nee. Ja. Ja. Nee. Alter, ist das laut. Das ist ein bisschen laut, gerade hier. Das ist zu laut, meine Güte. Halte dich zurück. Und so, und so, und so, und so, und so. Bravo, bravo, Meister. Ich hab kein Holz mehr. Das ist aber schlecht. So. Holz. Holste mal das Holz. Wow. Grandios. Verkackt. Aber hart. Dünn. Manchmal frage ich mich selber, was ich da eigentlich rede. So, haben wir das erst mal. Dann. Machen wir hier. Machen wir das echt so? Müsste ich eigentlich noch eins höher machen? Machen wir das echt so? Müsste ich die Fenster? Zwei. Machen. Wie sieht denn das aus? Muss ich jetzt gerade. Ich teste das mal ganz kurz mit Cobblestone. Warte mal. Hier wäre dann das. Und hier wäre dann der A3. Es wäre ja dann so die Überlegung. Sieht schon scheiße aus. Ich muss trotzdem dann eins höher. Äh. 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 Scheiße. Das Gebäude wird auch schon ein bisschen etwas größer. Würde ich jetzt mal so, äh. Sagen. Alleine, dass nachher drei Stück Werke so hoch sind. Äh. Äh. Ach du Kacke. Kacke. Äh. Ah gut. Das soll ja so sein. Dann müsse ich ja hier zwei Lagen Holz drüber machen. Ja. Halt mal das Maul-Handy, alter. Da muss ich ja noch eins drüber. Oh Gott. Ach du Feusche. Wie gerade das Blockbauen genau auf den Track gefasst hat. Das ist ja... Das war nicht beabsichtigt. Halt! Das ist falsch. Weißt du warum? Das kann ja so nicht. Wenn das hier oben da so ist, dann muss das hier oben natürlich so, ne? Ich hätte aber Stein lassen können. Interesse jetzt sowieso keiner. Das sieht ja nachher keiner mehr. Hehe. Ja gut. Wie sagt der Windler das immer? Ekel! Ekel! Ich komme da nicht hin, oder? Nee, natürlich nicht. Wozu habe ich eigentlich Erde mitgenommen? Ich muss sowieso immer wieder an... Egal. Ist doch wurscht. Ich will es doch gehen, oder? Ja mei. Ein Gruzifix noch mal. Hier fliegt ein kleines Mittler rum. Ich habe kein Holz mehr, ne? Das ist doch kacke. Immer wenn ich am... Ja, ich habe... Hm! Ich versuche mich nicht aufzuregen. Nein, das tue ich nicht. Das hat nur das aus. Wie sieht denn das aus, wenn wir das so machen? Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh. Äh, ja. Okay, ja. Ja, okay, ja. Okay, sieht scheiße aus. Ich habe schon verstanden. Machen wir lieber so. So hin sie wird trotzdem in die käse ausfinde ich So hoch ist weiß ich nicht Aber gut wenn nachher der gras und so rum ist ja muss man sich mal angucken vielleicht Lässt sich da noch was draus machen gerade überlegen ob man da vielleicht so Dings nehmen Ich muss mal ganz kurz was probieren